Es gibt viele Faktoren, viele Fähigkeiten, die über deinen Erfolg als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft entscheiden. Aber das Wichtigste, nun, das scheint vielleicht das Glauben zu sein, also was bei dir im Kopf vorgeht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Nun, ich bekomme jeden Tag viele Geschäftsideen vorgestellt. Ich selbst bin in vielen Unternehmen beteiligt und auch Geschäftsführer und kenne das Leben aus der Praxis und teile es gerne auch heute für die Praxis. Und die Frage, die im Raum steht, läuft bei dir oben in deinem Gehirn das Glauben schon so ab, dass du auch die Chance hast, erfolgreich zu werden? Nun, ich werde dir das ganz kurz mit dem Schaubild hier hinter mir erklären, das ich aufgezeigt habe und vielleicht hilft es dir, hier oben in deinem Gehirn paar Verschaltungen so umzulegen, so zu erneuern, dass nahezu alles, was du dir vorstellst, wirklich wird. Einer der bekanntesten Unternehmer weltweit, den heute hier das Kind kennt, nun, das ist Walt Disney. Und Walt Disney hat zwei gute Beispiele gesetzt, die dir helfen werden, auch deinen Erfolg zu begründen. Das erste ist, er hatte eine Vision in einem Sumpf mit Alligatoren und Schlangen, einen Vergnügungspark für Kinder, für Jugendliche und auch heute für Erwachsene aufzubauen. Wir sprechen vom Disney Park in Florida. Und dieser Park, nun, der musste finanziert werden. Und die Banker, denen er seinen Businessplan, seinen Finanzierungsantrag vorgestellt hat, die haben ihn ausgelacht. Die ersten drei Banken, die ersten 30 Banken, die ersten 100 Banken, die ersten 200 Banken, die ersten 300 Banken haben ihn ausgelacht. Die konnten sich das nicht vorstellen, was Walt Disney in seinem Kopf hatte. Schließlich die 305. Bank müsste es gewesen sein, die dann Walt Disney finanziert hat. Die den gleichen Glauben auch hatte, den Walt Disney hatte. Und deshalb hat Walt Disney den Satz gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, nun, das kannst du auch machen, das kannst du tun. Und das will ich dir heute mal nahe bringen mit diesem kleinen Schaubild. Denn das, was ich hier mir erlaubt habe anzuzeichnen, nun, das ist dein Gehirn. Dein Gehirn hat hier auf der linken Seite einen Input-Bereich. Da gibt es dein Auge, den visuellen Kanal, es gibt dein Ohr, auditiv, es gibt deinen kinesthetischen, taktilen Bereich, es gibt olfaktorisch, das ist deine Nase und es gibt den Geschmacksbereich, also gustatorisch. Und alles wird einfach nur umgewandelt, und das ist ein bisschen langweilig, wenn man sich das überlegt, in elektrische Impulse. Die gehen dein Gehirn hinein und hier im Gehirn passiert etwas. Es wird nämlich gefiltert und irgendwie erkannt. Es wird eine Bedeutung zugemessen und schließlich wird außer der Bedeutungsbeimessung dann noch gesagt, ist es gut für mich, wenn das Auto quietschend auf meinem Fuß zu stehen kommt? Nein, es ist schlecht für mich. Oder es gibt auf der anderen Seite den Bereich, die Euphorie, der Freude, es ist gut für mich, wenn die leckere Pizza, die so lecker riecht, auch lecker schmeckt. Also alles, was du erlebst, wird hier im Gehirn irgendwie erkannt und du speicherst hier dein Wissen, deine Kenntnisse ab, deine Fähigkeit, deine Kenntnisse und bewertest das auch alles mit gut oder schlecht. Die Herausforderung ist nur, wenn du die ganze Zeit hier in der Universität sitzt und du die ganze Zeit Wirtschaft oder Verkauf oder Kommunikation lernst und du Kenntnisse sammelst und dein Output besteht lediglich darin, dass du dann eine Prüfung schreibst, dann weißt du vielleicht viel, aber du kannst noch nichts. Und das ist sozusagen der zweite Bereich hier im Gehirn, wo dein Output, also wo deine Hände, wo deine Füße, wo dein Mund, wo dein Körper, die Bewegung, wo alles gesteuert wird, das ist dann der Ausgabebereich. Beim Computer würde man sagen, das ist der Drucker, das ist der Bildschirm oder das ist das Laufwerk. Da gibst du dann die Daten aus, versendest deine E-Mails, programmierst irgendetwas. Und so ist dein Gehirn ganz simpel in und Output aufgebaut. Nur die große Frage ist, wie gelingt der Transfer? Also wie kannst du hier deine Fähigkeiten und dein Verhalten leicht machen, so organisieren und auch lernen und sicher sein, dass hier hinten das gewöhnliche Ergebnis X herauskommt, dass du erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin bist. Weil am Anfang ist das erstmal nicht vorhanden und du siehst es nicht. Du kannst nirgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerne das wehren, sondern es ist ein reifer, ein Formungsprozess, den du vorhast. Und hier möchte ich auf einen zentralen Punkt hinweisen, der hier in der Mitte stattfindet. Und zwar dieser Punkt hier, den ich mal grün und blau mache. Da dieser Wechsel von, ich habe Input und wechsel zu meinem Output, das findet in deinem Kopf statt. Und da hat VoltDisk hier gesagt, die Voraussetzung ist, dass du etwas machen kannst, ist, dass du dir das vorstellen kannst. Oder umgekehrt. Wenn du es hier oben vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. Das heißt also hier ist ein Punkt, eine Leinwand vorhanden, wo du dir erstmal etwas vorstellen kannst. Wo du an etwas glaubst. Wo du noch nicht weißt, dass es funktioniert, aber du glaubst, dass du es machen kannst. Und dann fängst du an, dir die Fähigkeiten zu erwerben, zu erlernen, zu trainieren, zu verkaufen, zu kommunizieren, Businessplan zu schreiben, Finanzierungsmittel zu machen, alles zu organisieren. Du kennst dich mit Rechten dann aus, mit Versicherungen, alles drum und dran. Und fängst dann an, Schritt für Schritt das zu tun. Also hier kommt letztendlich dein Handeln, um dann das gewünschte Ergebnis hier zu erstellen. Wenn du also hier Informationen von mir heute bekommst, nun, dann speichert sich das vielleicht in deinem Gehirn ab. Aber die große Frage ist, kannst du dir das auch vorstellen? Kannst du daran glauben, dass du erfolgreich wirst, dass du ein Mensch bist, der zum Erfolg geboren ist und nicht als Versager wie es vielleicht deine Eltern oder andere böse Freunde eingeredet haben? Hier oben, prüfe dich selbst, was hältst du für möglich in deiner Zukunft? Fit zu sein, viel Geld zu verdienen, ein Unternehmen aufgebaut zu haben, was anderen Menschen einen wertvollen Beitrag gibt. Hier oben in dieser Glaubenskammer, in dieser Blackbox, da hat Walt Disney gesagt, wird entschieden, was erfolgreich macht, was erfolgreich wird. Nun, entscheide nun selbst heute, bist du jemand, der schon einen großen Glauben hat oder eher ein Kleingläubiger ist? Selbst vor 2000 Jahren hat ein Mensch zu seinen Nachwürger gesagt, hey, ihr Kleingläubigen, wenn ihr eure Box hier ein bisschen größer machen könnt, dann könnt ihr zum Berg sagen, hebe dich hinweg und versenk dich im Meer. Nun, das ist heute möglich. Heute kannst du mit 20 Bulldozern mit drei Tonnen TNT und Dynamit, kannst du Berge versetzen, dann hast du einen Staudamm da oder einen künstlichen Berg, wie wir in Berlin über 50 künstliche Berge haben. Deine Aufgabe ist es also, wenn du erfolgreicher Unternehmer sein willst, wenn du Projekte aufbauen willst, die noch nicht da sind, also Ergebnisse haben willst, die keiner sieht, zu trainieren, zu üben, dass dein Glaube hier, die Glaubensfabrik, dein Zentrum hier oben, dass das groß wird, dass du dann keinen Zweifel daran hast, dass das, was du dir vorstellen kannst, auch machbar ist, wenn du da einen Haken dran machen kannst. Nun, da mache ich auch gerne einen Haken dran, dass du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich erfolgreich wirst. Es gibt letztendlich keine Sicherheit, das ist klar, aber Walt Disney hat gesagt, wenn du es vorstellen kannst, dann ist es machbar. Und diese Gesetzmäßigkeit, ob die wirklich für dich funktioniert, nun, da lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen, wie du das herausfinden kannst. Funktioniert das auch für dich, was du dir vorstellen kannst, ist machbar. Solltest du nun den Punkt haben, dass dein Glaube noch klein ist, nun, dann kannst du das üben, du kannst deine Glaubensfähigkeit trainieren. Zum Beispiel bist du heute angezogen mit bestimmten Klamotten, das hast du dir vorgestellt. Du bist nicht so aus dem Bett gekrabbelt und kein Anlass gekommen und hat dich heute eingekleidet. Das warst du. Und nun kannst du überlegen, wie möchtest du dich morgen anziehen. Prüf mal, ob der Gedanke dann dazu führt, dass du morgen dein Glauben eingesetzt hast, dich anders anzuziehen. Das gleiche gilt für deine Wohnung, wenn du dich umschaust jetzt gerade bei dir. Nun, die hat wahrscheinlich kein anderer eingerichtet, sondern du und du hast es ausgesucht. Und so überprüft dein Verhalten mal, wo du schon aus dem Glauben heraus lebst und handelst, deine Entscheidung triffst. Nun, und die zweite Aufgabe ist, wenn du das entdeckt hast, dass du so schon handelst. Die zweite Aufgabe ist, das zu vergrößern, dass du vielleicht etwas vorstellst, was du bisher noch nicht gemacht hast. Zum Beispiel ein Kaltkontakt, heute jemand anzusprechen. Ich stelle mir vor, einen Menschen anzusprechen. Oder ich stelle mir vor, einen Businessplan geschrieben zu haben. Nun, überprüfe, ob du das auch gemacht hast und schreib das auf mit einem Erfolgstagebuch oder einem Glaubenstagebuch. Und wenn du das Tag für Tag vergrößerst und erweiterst, nun, dann ist es eine Frage der Zeit, die du brauchst, um die Treppe hochzugehen und den Glauben stetig zu vergrößern. Das Ziel ist also, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, große Projekte umgesetzt zu haben, ist zunächst mal, eine Person zu sein, die einen großen Glauben hat. Sodass du dir vorstellen kannst, Berg hebe dich hinweg und der Berg hebt sich hinweg. Und das ist für dich völlig normal und selbstverständlich, dass du das kannst, dass das machbar ist. Wenn du Hilfe brauchst dabei, vielleicht den Glauben ein wenig zu vergrößern, dann such dir nicht nur ein Umfeld von Menschen, die das schon geschafft haben, die daraus schon leben aus der Kraft des Glaubens, sondern du kannst gerne auch professionelle Beraterexperten dazu ziehen, die sogar im größten Teil auch gefördert werden. Das bedeutet also, du kannst unseren kostenfreien Erstgesprächsgutschein hier gleich nutzen, einen Termin mit uns machen oder du kannst den Kanal abonnieren, um auch dadurch dein Glauben weiter zu vergrößern. Und gerne darfst du uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Erstens, deine Glaubensfabrik zu vergrößern und zweitens immer mehr durchzuschieben. Und wenn du das machst, denke bitte daran, nicht nur deinen beruflichen Erfolg hier durchzuschieben, sondern auch all die anderen Lebensbereiche. Deine Beziehung, deine Gesundheit, deine Persönlichkeitsentwicklung, dein Selbstmanagement, dein Vermögen, deine Finanzen, deine Organisationen und natürlich auch deine Hobbys, deine Reisen, das, was dir so viel Spaß macht. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.